Hallo und willkommen zurück zu Pikmin. Der Tag ist fast zu Ende. Gut. Ich weiß nicht, wo der Hundes Pikmin steckt. Zeig mal her. Er hat sich irgendwo versteckt. Da ist noch einer. Warum? Da am Honig. Ich wusste es doch. Komm her. Schlawine. Okay, wir können in diesem Tag nur noch wenig machen. Oh, lass doch die Blumen in Ruhe. Also manchmal macht die mir echt zu viel. Ach, verdammt. Ich bin so blöd. Ach, die Feuerkerle. Komm. Okay, wir dürfen die Gelben nicht vergessen. Bitte nicht vergessen. Gelben Pikmin, Gelben Pikmin, Gelben Pikmin, Gelben Pikmin, Gelben Pikmin, Gelben Pikmin, Gelben Pikmin. Blblblbl. Mach den fertig. Holte. Wie sollen die denn wieder zurücklaufen teilweise? So weit geschleudert. So, reiß die Mauer ein. An die Arbeit. Das Gebiet ist gecleant. Oh, Leute. Schafft was. Da hole ich noch die Gelben. Während die da hinten ihr Werk verrichten. Zusammen können wir es schaffen. Ah, vielleicht gibt es keine weiteren Bomben an diesem Tag. Aber vielleicht gibt es den Tag sechs dann mehr Bomben, dass wir die Wand da komplett freispringen können. Clever. So, den Kandarver lassen wir jetzt liegen. Aber ihr könnt noch ein bisschen mithelfen. Das ist was mit dir. Schalalalalala. Was macht Oli mal in der Zeit? Das dachte ich mir. Er badet. Bei dem Wetter vielleicht nicht verkehrt. Die Sonne geht schon unter. Beeilung, Beeilung. Alles im Griff, mein Freund. Meine fleißigen Helfer, die aus Blättern, Blumen und Knospen. Bestehen. Sind schon am Werk. Ach so. Das war schon Kram. Komm, gib Gas. In dieser Perspektive hätte man sich Pikmin auch als Super Nintendo Spiel irgendwie vorstellen können. Wenn es schon früher erfunden worden wäre. Okay, nicht wirklich. Gut, wir können nichts mehr erreichen. Aber ich schaue nochmal, was es hier so schönes gibt. Feuer. Ich will wissen, ob da. Egal, komm. Zum Sonnenuntergang. Ja, ich habe alle. Da muss ich vorher nochmal gucken, immer. Ob da wirklich unten die 100 steht. Ansonsten sind sie weg. Okay, es war ein ziemlich anstrengender Tag, aber ich denke, es hat sich doch gelohnt. Wir haben viel erreicht. Okay, wir haben nicht viel erreicht in diesem Tag, aber immerhin, wir haben geschafft, gearbeitet, getan und vieles vorbereitet. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen die Stelle weiter, wo wir eben gerade waren und da da alles voll Feuer ist, empfiehlt sich, Feuerpigmin mitzunehmen. Ich nehme jetzt 60 Feuerpigmin mit. Rote Pikmin, oh Gott, ich darf mir das nicht angewöhnen, Feuerpigmin, Wasserpigmin zu sagen. Habeasch. So. Kommt alle her, meine Freunde. Wir schauen uns erstmal da hinten um. Ziemlich viele, ziemlich wenig Blüten. Na gut, ihr dürft an Honig schlabbern, meine Freunde. Da ist es. Kommt schon. Okay. Das dürfte reichen. Haben wir jetzt alle Blumen oder gibt es da noch einen Außenseiter? Nein, alles Blumen. Perfekt. Besser kann man sich auf eine Feuermission nicht vorbereiten. So, aufpassen, dass keiner in Wasser tappt. Die können wir, glaube ich, ausschalten. Nein! Okay, in Pikmin 2 konnte man das auf jeden Fall. Da hätte ich gedacht, dass dann die Wasserpigmin da vielleicht hin müssen. So, wie ich das so sehe, macht ihr erstmal da. Und ich schaue mich weiter um. Wo wir denn hinkommen. Aber hier ist doch Wasser. Was geht so gerade denn? Was ist das? Mein analoger Computer. Hurra! Der Computer übermittelt vage Daten, die außerhalb des Binärcodes von 0 und 1 liegen. Ehrlich gesagt, sind die Daten so vage, dass sie mir nicht sehr hilfreich sind. Na gut. Nehmt es trotzdem mit. Jetzt gucke ich mal, wie die Pikmin da hinkommen können. Rot. Ja, ich habe keinen Pikmin dabei, kann ich dich nicht. Hm, das ist komisch. Das ist komisch. Können die vielleicht runterklettern? Das wäre vielleicht angebracht oder irgendwie. Egal. Wir schauen erstmal, was unsere roten Kerler da vorne machen, ob die bald noch fertig sind. Das ist aber eine lange Brücke, hey. Ist da unten noch was? Das kann doch gar nicht sein. Das ist nur, dass es nicht so dunkel aussieht. Na, wird das noch was heute? Heute, Leute. Ihr habt ja alle euer Knorpers gegessen, nicht wahr? Links, zwei, drei, vier. Okay, besonders tanzbegabt ist er nicht. Haben wir es bald. Hey, sag mal. Was bist denn du für ein Schwein? Hilf deinen Freunden. Das ist sowas. Wir wären ja schon längst fertig. Wenn alle gemeinsam mal einen Strang ziehen würden. Sowas kann nur als Mannschaft funktionieren. Das wird ja nie was. Oh, sind wir fertig. Das hat aber gedauert. Und hier gibt es nichts außer Wasser. Hä? Locker bleiben. Oben ist was, ja. Mhm. Okay, ich glaube, ihr roten habt eure Pflicht hier erfüllt. Wie kommen wir da hin? Über dort. Moment. Ich weiß nicht. Ach komm. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Hinten wollte ich das noch bauen lassen. Aber wenn die da hochspringen. Während Oli mal gerade halb tot ist. Wenn die da hochspringen, dann, ähm, ja. Landen sie im Wasser. Sind alle miteinander tot. Das wäre natürlich weniger gut. Aber es sind ja nur Pflanzen, nicht wahr? Auch Pflanzen brauchen die. Also mal kommt es nur mir so vor. Das ist halt im Moment gerade noch langsamer als sonst. Schlafsiebel. Alle miteinander. Und lasst das Ding in Ruhe. Ich hasse euch dafür. Zurück schicken mit euch. Oh. Jetzt wollte ich rufen. Andere Richtung. So. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werfe... Was machst du hier oben? Ich werfe mit meinen gelben Pikmin einen Blick auf die Bomben. Maybe können wir ja noch welche holen. Ein Blick kann nicht schaden. Auch wenn ich das nicht glaube. Ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, dass da jetzt wieder Bomben liegen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen... Gucke mehr noch im Ohr. Dann hätten wir auch wirklich endgültig alles freigesprengt. Und es liegen wieder Bomben da. Boah. Also. Möglich, dass es keine weiteren Bomben gibt. Okay. Nicht alle haben Bomben. Aber mehr als genug. Und jetzt hören wir die ganze Zeit die Lebensenergieanzeige von Olimar. Wahrscheinlich noch den ganzen Tag. Wie kann man die denn auffrischen am Raumschiff, oder? Ach, hier ist es. Und wir werfen einen Ole hin. Okay, Leute. Bis zum nächsten Part. Die Zeit ist wieder oben. Bis dann. Ciao.